servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute mit einer mal wieder einer tierlist da eines der videos jetzt gut ankam mit der für mich spaßigen range klasse des arcane mages wollen wir an dieser stelle mal eine kleine tierlist machen mit allen specs welche ich glaube welche klassen und welche specks spaß machen und welche eher weniger spaß machen wir haben es für super spaß a ist fast super spaßig wir haben b spaßig c okay die würde ich langweilig mal nennen und not interested ist einfach mehr macht keinen spaß das ganze ist natürlich sehr individuell bezogen ich bin jemand der nicht so gerne mit spielte also werdet ihr höchstwahrscheinlich ein paar milis weiter unten hier sehen ich habe jetzt in shadowlands von den zwölf klassen 10 gespielt mehr oder weniger aktiv davon würde ich sagen bei jeder klasse mindestens zwei specks deswegen kann nicht alles mit in betracht ziehen manches kommt aus vorherigen addons auch noch und ich möchte an dieser stelle echt mal absolut die performance aktuell außer acht lassen es geht nur darum was aus meinen erfahrungen erinnerungen und so weiter spaß macht aktuell und vielleicht kann ich damit dem ein oder anderen hilfe geben was er spielen soll wie gesagt das ganze ist sehr subjektiv eure meinung bitte gerne in die kommentare dazu und es geht los mit dem waffen krieger und da muss ich direkt mal sagen ich spiel krieger da habe ich bis zu diesem addon nicht so gern gespielt und waffen ist da für mich der langweiligere speck ich mag beim fury 22 handwaffen in der hand dick dick rum prügeln und so weiter weil ich abends wirkte immer oder war zwar oft besser in der vergangenheit aber wirkte immer so wie der langweilige kleinere bruder deswegen gehe ich jetzt mal mehr oder weniger darauf jetzt muss ich mal gucken das müsste das asser beim rock rock ist eine der klassen die ich tatsächlich nicht gespielt habe bisher in diesem addon deswegen kann ich da sehr wenig zu sagen muss ein bisschen auf die vergangenheit gehen ich meine das müsste gesetzlosigkeit sein das hatte ich mal gespielt fand ich aber ehrlich gesagt bevor es umbenannt wurde cooler was sehr viel spaß macht oder was durchaus spaßig ist fand ich wenn man es kann täuschung und meucheln fand ich okay aber wie gesagt da kann ich nicht ganz so viel zu sagen habe ich nie so viel gespielt würde ich eher sagen guckt euch mal an schurke ist so ein spezielles ding muss muss man mögen glaube ich so dann kommen wir zu den priests specks dass sie finde ich fast super spaßig in diesem addon finde ich ihn nicht mehr ganz so cool wie beispielsweise im letzten addon aber in battle for azeroth hat es sie richtig bock gemacht also wer ist oder wer nix mag zwischen hier und ein bisschen ballern und der kommt damit schon auf seine kosten holi finde ich ziemlich langweilig das ist eher so das standard hiel gedöns und shadow priest muss ich tatsächlich sagen würde ich hier anordnen es ist richtig gespielt ein echt spaßiger speck der viel zu bieten hat man merkt aber auch ziemlich gaps ob jemand den gut spielen kann oder eben nicht so dann distro aflilog den finde ich langweilig dots 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 und ich mag dicke zahlen so nichtsdestotrotz es kann sehr befriedigend sein wenn man das wirklich alles richtig und gut managt zu spielen aber es ist nicht das was ich im sinne von spaßig empfinden würde so dafür die ganze ich weiß nicht demo fand ich mal wesentlich cooler bevor er geändert wurde mittlerweile hast du sehr viele pets da am start dementsprechend früher wäre es für mich spaßig gewesen jetzt eher so okay geht so und der coolste von den hexa specks finde ich desto aber das auch nur spaßig dicke dicke zahlen rausknallern und pipapo das macht schon bock alles andere ja geht so dann holi parla und den muss ich aktuell stand jetzt unter super spaß einläuten also das ist spaß wenn ihr healing mögt wenn ihr in meinen augen müsst ihr dafür wend hier sein mit ersten hollow und dann noch ein dd oder mehr oder weniger dps legendary anhaben es macht übertrieben bock was du mit dem parla rausknallen kannst an schaden und gleichzeitig aber auch was für ein guter heiler du bist wenn du die klasse kannst ja das finde ich an dieser klasse vor diesem addon hättet ihr mich da gefragt hätte ich holi parla hier eingeordnet aber es schon hollow wenn tier richtig legendary abfahrt chock gusel also das ist nicht gedacht macht richtig bock und dazu jetzt mein neuer lieblings mini der furorkrieger ich muss sagen der spielt sich mit ich habe bisher als wend hier gespielt überraschend rund schnell fast paced dynamisch das macht echt bock man hat sehr sehr kurze cds du hast gefühlt immer irgendwas für die und kannst los scheppern skalierst gut mit dir macht bock und tank parla ist für mich eine klasse die würde ich stand aktuell sogar auch hier einordnen fast super spaßig eben auch wegen ersten hollow und was du kannst gut denken du bist mit der schon hollow auch als cd ganz gut unterwegs du kannst doch gut raus heilen also das finde ich so wenn ein speck sehr viel auf einmal kann das finde ich sehr sehr cool und das ist aktuell bezogen finde ich sehr sehr nice retripala ist für mich mit einer schlimmsten mili specks bin ich nie mit warm geworden in diesem addon finde ich aber geht es ein bisschen deswegen geht es auf okay ansonsten wäre das bei mir der erste meh geworden der vorigen jahr ich habe es gehasst fragt mich nicht warum ich weiß nicht so dann haben wir die eule die klasse die ich am meisten spiele die ich aber nicht die ich aber eher hier einordnen würde so ich finde blizzard hat in den letzten jahren zu viel dran rumgeschraubt es gab eine zeit in cataclysmists of pandaria die hat super spaß gemacht hat sich unglaublich flüssig spielen lassen du bist gut reingekommen hast aber wenn du dinge verkackt hast was nicht automatisch ganz oben es war nie der komplexeste speck aber du hattest teilweise zum beispiel wo du mit kritz instant star searches gekriegt hast das mit gear holy shit das war mega legend fand ich katastrophe bfa ging so die umstellung jetzt zu shadowlands fand ich auch eher mehr aber convoke ich mag die convoke eule das rechtfertigt hier noch den platz katze da muss ich tatsächlich sagen ich probiere mindestens einmal im jahr wieder an den speck ranzukommen und ich schaffe es nicht ich glaube ich bin auch muss ich ehrlich sagen ich bin glaube ich zu schlecht für katze deswegen für mich mehr weil ich den speck das ist der speck den ich von allen im spiel am wenigsten leiden kann und dementsprechend macht er mir auch keinen spaß ich glaube aber gleichzeitig wenn du ihn kannst kann er sehr viel spaß machen aber da werde ich glaube ich nicht hinkommen bärchen ist langweilig in meinen augen da du theoretisch zwei drei knöpfe hast die du einfach nur durch hämmert und das reicht eigentlich schon also ich habe mit hänken nie viel am hut habe es aber geschafft mit dem legendary und wenn ich zwei makros und drei knöpfen 16er 17er keys in time zu tanken ja also weiß nicht das ist irgendwie etwas anspruchslos hier droide ist okay ich weiß ich weiß nicht wie ich sagen soll hat da finde ich auch schon mal mehr spaß gemacht als du noch eine berührung und sowas haben ist und du nicht oder gefühlt jetzt fast nur noch auf hotz aus bist das hat er mir damals mehr spaß gemacht aber ist immerhin noch okay ele shami dann muss ich jetzt super spaß und zu fast super spaßig ich glaube ich würde es noch nicht ich setze ich sehe das hier an ele shami gefühlt jedes er und wo ich ihn gespielt habe jetzt und das sind vier addons ich war nie der super beste aber du bist jedes mal rein gekommen und hattest eine wahl zwischen sehr vielen verschiedenen bilds je nachdem teilweise auch ob du sehr gut warst oder eben nicht aber es hat immer echt viel bock gemacht und du konntest immer egal ob die klasse konntest oder nicht du konntest immer ein bild spielen und du sagst da blinkt was auf da schießt du die dinge raus ist macht spaß deswegen absolut cooler speck verstärker bin ich nicht so gut unterwegs die erfahrung die ich aber hatte ich bei spaßig jetzt mal einordnen viel mehr kann ich nicht zu sagen und restu shami ist für mich das tier hier auch lange gespielt teilweise auch mal als main und ich bin vor allem deswegen fan totems i love totems das gibt dem spiel eine echt super nice note und ich liebe die mastery vom heel shaman es fühlt sich so fucking befriedigend an wenn du super viel mastery hattest und tank war super low und du hast den teilweise einfach mit einem heel von zehn prozent auf 100 hochgeknallt so ungefähr mega gut ich habe es geliebt vor allem in legion da habe ich schon mal ne baba also der war brutals gut brewmaster monk ob ich der tank den ich mit am wenigsten mag ich mag dies der gar mechanik nicht ich glaube ich sogar hier ansetzen ich spielen einfach nicht gerne vielmehr kann ich dazu nicht erklären dass das auch wieder so ein bisschen bei der wieder beim kätzchen ich komme nicht nicht so ran protection worry früher ehrlich hier angesiedelt in bfa in legion jetzt nur noch er so hier so dadurch dass du mit azerit gear und legendaries teilweise extrem geile kombis basteln konntest so ein thunder clap bild und sonst was das war das hat schon echt spaß gemacht mist weaver monk ist für mich okay da muss ich aber auch sagen noch nie so viel gespielt kann spaß machen da fand ich aber eher immer dafür spiele ich ihn wahrscheinlich auch nicht gut genug aber dass man sehr sehr leicht an mana probleme stößt und in der theorie echt cooler speck zumindest als er kam wo du dann auch angepriesen wurdest mit entweder bist du mili oder du hals von außen hätte viel potenzial gehabt war aber für mich nie so wo ich sagen würde weiß nicht so dann mitläufer mönch der ist für mich hier hat mich ebenfalls sehr überrascht dieses addon mit legendary und guten gear maschine teilweise und vor allem in ae puls selbst für mich als nicht mili spieler es ist zucker was du da teilweise rein blasen kannst die man hand als cd würde ich hier als spaßig ansetzen dafür mir teilweise so ein bisschen die knöpfe auf der leiste dass ich ein bisschen mehr noch zu tun habe und ich mag es nicht dass die klasse nur zwei specks hat tank demon hunter ist für mich okay was ich cool fand in diesem addon die extreme mobility wobei ich da aber auch wo ich dann mal getankt hatte mit dem tank das gefühl hatte du warst eigentlich eher mehr so zum hüpfen da und nicht zum tanken ja geht so blatt decay wäre für mich früher hier gelandet mittlerweile nur noch eher hier so ist für mich mit der coolste tank einfach weil ich die hier mechanik super mag und ich immer mochte was mit dem decay so möglich war danach die beiden anderen die case based frost mag ich echt überhaupt nicht für mich hat der decay nach wotlk enorm nachgelassen ich habe es geliebt als er ins spiel gekommen ist und du mit jedem speck machen konntest was du wolltest du konntest unholy tanken du konntest frost hängen du konntest frost dd frost mit zwei einhindern du konntest blut dd es hat so viel spaß gemacht die ganzen specks mittlerweile weiß ich nicht unholy finde ich okay aber auch schon mal cooler ist einfach die klar die klasse hat für mich am stärksten nachgelassen über die laufe der jahre dann haben wir hunter ich würde tatsächlich sagen beast master ist da in bfa hätte ich ohne umschweife hierhin gezogen jetzt finde ich bfa hat ein bisschen mehr spaß gemacht beast master aber nichtsdestotrotz ich finde die mechanics die art und weise wie sich diese klasse spielt die pets pets die groß und rot werden und durch die gegend stompern finde ich einfach 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 geil ich liebe es und muss auch noch dazu sagen was ich nicht gedacht hätte mm hunter landet bei mir hier auch hier oben mochte ich lange zeit gar nicht finde ich hat aber jetzt echt ein playstyle wenn du den einmal drin hast er spielt sich sehr flüssig und sehr befriedigend wenn du ihn durch bekommst deswegen fast super spaßig survival mag ich gar nicht bin ich noch nie hingekommen für mich meh dann arcane mage noch mal im letzten video ich finde der macht gerade super viel bock ist teilweise gefühlt ist teilweise gefühlt immer so ein meme spec gewesen aber weiß ich nicht weiß ich nicht nach bfa gewesen ist der fire mage jetzt mit target cap und schieß mich tot und so weiter ein bisschen reduziert aber bfa fire mage es war zwar nur mein twink aber ich habe bis zu dem zeitpunkt noch nie ein twink gespielt oder eine klasse die mir so viel spaß gemacht hatte mit full corruption gear alles voller mastery und was du da rausgebürstet hast ich liebe diese spielweise und habe sie geliebt und hat mir super super viel spaß gemacht deswegen die vorschusslober geben jetzt noch den platz hier oben ja also alles in allem so richtig schlecht oder so viel hat so richtig schlecht gar nicht abgeschnitten möchte ich sagen solider mix dabei schreibt mir mal gerne was ihr davon haltet eure favoriten in die kommentare und damit danke fürs zusehen bis zum nächsten video und reingehauen also Reds ja Untertitelung des ZDF, 2020